Das Erbe. Ein Wortpett-Roman von Schattendieben. Prolog. Mein Atem rasselte, während ich nach dem langen Laufen wieder versuchte Luft zu bekommen. Die Waffen, die ich mir um die Hüfte geschnallt hatte, schepperten bei jedem noch so kleinen Bewegung. Soviel zum Thema heranschleichen. Die Wache hatte mich wahrscheinlich schon auf hundert Meter Entfernung gehört, wenn sie nicht unbedingt alle einen Hörschaden hatten. Na gut, den Überraschungsangriff konnte ich mir jetzt sparen. Ich öffnete einfach die Holztür am Ende der Gasse, an die ich mich gelehnt hatte, und marschierte in das Quartier hinein. Finn wird mich umbringen, wenn er davon erfährt. Ich lächelte bei dem Gedanken an die Farbe, die sein Gesicht annehmen würde, wenn er herausfindet, was ich hier gerade tue. Danke fürs Zuhören. Wenn euch das kleine Projekt gefallen hat, dann bewertet doch das Video und sagt mir, was ihr davon haltet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.